Ey, wer kommentiert jetzt gleich noch hier? Ich mach die erste. Ich würde vorschlagen dann Erano und dann gucken wir noch, wer noch möchte. Ja, ich will. Ja, rechte Seite. Wer ist Second Command? Erano gerade. Nee, Erano gerade. Ah, Erano, gut. Dann geh ich jetzt auf Ranker zurück, dann machst Erano die zweite, dann kannst du Second Command in der zweiten Runde sein, Yannick. Ey, was hast'n du für'n Schwule, Klasse? Wer? Ich. My Tech. Achso. Vormarsch. Für die Glückwunsch. Ähm, ähm... Ich möchte jemanden von euch Ingenier nehmen. Mach ich auch Ja ok mach du Aber falls möglich würde ich auch gern kommandieren Na dann irgendjemand anderes Nee ich kann auch ein Punisher Gut Punisher mach du Oder dann mach ich in der zweiten Runde auch mit Punisher zusammeningenieur Ich glaub einer wird nicht reichen Ah da hinten nur ein paar Schlafsäcker Ja Weiß auch nicht ich hab ja auch immer das Problem in Mount & Play Dass ich immer hinterher häng und ich weiß nicht warum Ich mach alles richtig was ich auch immer anpreise Aber ja Nein nicht Burger King Rückkehr zu Holes, Holes, Fixed by Nets Na McDonalds Keine Ahnung 3 oder 4 oder so Bitte mal Ruhe kurz Und Marsch Ok Wenn wir gleich ins Feuergefecht kommen könnt ihr euer Burnet abmachen Ich rede mir viel, keine Angst Leute Was reitet da links? Meinst du? Die Kavalerie Ja Also wir haben den Grundsatz kann sein dass ab 4.6 oder so die Banner generell ausgeschöpft Ah das ist gut Hat mir schon in Secession so gut gefahren Ja ja Wir brauchen dann die Offizierinnen Kante also oder so Wir brauchen dann die Offizierinnen Kante oder so Wer dooooooohnt Ja, eben, das war einfach nicht so gut. Ja, die Gegner sind links in dem einen Wald. Thomas, das ist das falsche Wanner, hast du vielleicht schon gemerkt? Ah, jetzt sind die Gegner bei dem Zaun, jetzt sind sie dann Zaun. Okay, spread out, spread out, charge them down, your mission fire will, but only fire when you're close. Feindliche Kraft rechts von uns. Auseinander, Leute, auseinander! Ja, das ist Anime-Kf. Leute, die haben geschossen, lauft! Ey, vorwärts, ihr Hero-Holt, sag's ihnen ja! Die stehen bleiben! First Officer alone! Weiter chargen! Oh, Leute, los! Auf dem Team! Habt sie von hinten, wenn ihr könnt! Sehr schön, sehr schön, ich seh viele Kills von uns! Nein! Vorwärts, vorwärts! Ey, komm, die schießen vom Werder von uns! Die Hunde! Du und so, Alter, so Leute hasse ich! Ich weiß, vor allem, du weißt ja, ihr euch ihre Namen in so'n Kill machen, oder wenn du sie getötet hast, das ist ja irgendwo sowas Schlimmes. Oh, Pisten! Ey, ich bin Zweiter! Ey, geht's nicht! Ich bin Erster! Ey, fick dich! Alter, wie ich mit der supplements sind! Hehehe! Ah! Ich will... ...dieses Teil, der gespannt am Ende hat uns. Apropos, ich hab hier einen, der heißt Frank hört, der wurde grad von... ...Erenor getötet, warum... ...und so praten wir uns. Der ist gestorben beim Charge, beim Schießen! Aber der ist da! Ja. Ja, ja. Vorsicht! Von links! Das ist zwar feiger, oder? Ne. lebt dieses pv ist durch dieses britische volkentier das dreier gespannt hat eben den rest seines regimentes niedergemässelt Achtung! Jaaa Was? Jaa, Erremut Boah war das knapp ey Achtung! Boah, hier kann man ja nicht mal mehr zum Durcharten Hey, ich dachte hier Nullshooting machen aus Back Na, Pistolen schon, nur keine Gewehre Achtung! Achtung! Ja, der andere Reiter kann sein Pferd verloren Eranor, Dreamteam Achtung, da schießt einer Ah, nein! Warum sagen die Waffe jetzt nicht geben? Nein! Eranor, wir sind beide gefallen Ja, aber guter Charge, Leute, so kenn ich das Empfinden Und ich kenn auch mal wieder so ne Pferden, die heute immer wieder da sind Wir haben heute immerhin 25 Leute Besser als sonst Achtungzwanzig, genauer gesagt Echt? Ja, mit unten Wir sind 20 allein schon Ich hasse Polen, die irgendeine Scheiße schreiben in Chat und ich versteh's ne? Was ist das denn? Nein! Gerade eben hast du eine von 14 Suicena was reingeschrieben und erst Pole Über dich, glaub ich Der Ding ist mir eher Nika oder so geschrieben Hat der Kuro mal geschrieben Neu Hero Holtz lebt er auch noch, lol Lebt er! Was hat er denn? Lebt er! Hero Holtz, das war ganz, äh, das ist... Eigentlich war es so fahnenflüchtig Von wem? Ich Ich Was sind denn die alle, oder? Ja Die alle, bin nur wie Mann Ja, nein, der Rest von unserer, nee Ja, ich guck mit der Kamera mal für den Rest des Gefechtsverfahren dazu Neu, kurz eine, eine Sekunde Ich würd's sagen, wir haben's mir ordentlich weggehauen, oder? Wie immer? Na, wer von euch hat keine Kills? Ich 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 auch, aber ich hab dafür die ganze Zeit Leute sein Also, drei Leute Nur drei Leute haben Das heißt, nur drei Leute haben keinen Kill gemacht Einen mehr Ratenwurst hat keinen Sachsinger, kein Yannick hat keinen Guck mal, und die Liste an Oh Gott, die Liste Halt, was ist denn mit der F-Company los? Das werden immer mehr Ja, ich hab auch schon gemerkt Ja, ich hab auch schon gemerkt Okay, einige wurden dann scharfen ja geschickt, ja stimmt Wir haben wieder von Pferde getötet Na gut, da muss man ja auch bedenken, wir haben angecharged Und die konnten auch uns beladen Boah, die Musik ist so cool Oh Gott Ich hab mir grad gedacht Oh Gott, wie ist der schlecht Ja Alter, der kämpft im Kornfeld diesen auch An die So oder so Ja, ja Die jetzt den beiden Gott, Leute, schaut ich mal an wie vernichtend die Union geschlagen wurde Ja, mit unseren Charge Insgesamt 10 Mal weniger, aber jetzt 20 Mal weniger 30 Entschuldigung, 30 Durchkämpft das Kornfeld Die Nationalisten dürfen nicht jetzt kommen Das zeigt Ja, ganz ernsthaft, so wie sie in der Tiger Sie rennen grad den Dings hinterher Irgendwie falsches Oh, wow, wow, wow Er hätte eigentlich die Die, die, die Die, die, die Wo man von dem anderen nehmen sollte Oh Gott, das töte der Volunteer auch noch ein paar Louisiana Tigers Leute Ich glaub ich krieg die Krise Wir sind jetzt nicht lustig, ich finde Volonteer, gell Das ist 15 in der Lb war das erste Regiment mit dem Rang Volonteer Und dann kamen die anderen anderen Spaß Und dann haben sie den Rang nachgemacht